Hey Leute, in diesem Video werden wir uns die beste Camping Gas Grill durch umfangreiche Recherchen und Tests ansehen. Wir haben eine Liste von Optionen zusammengestellt, die den Bedürfnissen verschiedener Käufertypen gerecht werden. Wir haben Optionen für jeden Benutzertyp enthalten, ob Sie also nach dem besten Budget suchen, like den Videokommentar und vergiss nicht zu abonnieren. Jetzt lass uns mit dem Video loslegen. Nummer 1 – Campinggards CV 470 – Camping-Gasgrill Der Campinggards CV 470 – Camping Gasgrill ist ein kompakter Grill mit Gaskartusche. Sie können den Grillrost wahlweise abnehmen und den Grill mit einem Topf oder einer Pfanne als normalen Gaskocher nutzen. Für den Betrieb als Kocher ist ein praktisches Topfkreuz enthalten. Der Grillrost besteht aus einer antihaftbeschichteten Grillplatte, die an einer Stelle durchgehend ist. Hier können Sie beispielsweise Spiegeleier braten. Die untere Schale dient gleichzeitig als Fettauffangschale, Sie können diese mit Wasser befüllen und so. Die spätere Reinigung vereinfachen, im Lieferumfang erhalten Sie eine praktische Tragetasche aus Polyester, mit der Sie den Campinggards-Grill problemlos transportieren können. Der Durchmesser der runden Grillfläche des Campinggards-Gasgrills beträgt 32,5 cm. Die Leistung des Brenners beträgt 1,35 kW. Mit einem Gewicht von nur 2,2 kg ist dieser Campinggas-Grill ausgesprochen leicht und handlich. Preislich sollten wir noch erwähnen, dass dieses Modell das günstigste aus unserem Vergleich ist Vorteile Grillfläche für bis zu 4 Personen, abnehmbare Standbeine, Topfhalter, leicht, 2,3 kg, Nachteile, nur ein Brenner. Nummer 2 Enders 2095 Urban Campinggas-Grill Der Enders 2095 Urban Campinggas-Grill ist ein kompakter Tischgrill und verfügt über zwei leistungsstarke Edelstahlbrenner, die Sie unabhängig voneinander steuern können. Die Leistung der Brenner beträgt jeweils 2,2 kW. Wie auch bei dem Enders Explorer-Modell aus der vorherigen Produktbeschreibung ist der Grillross 2 geteilt. Sie können jeweils eine Seite entfernen und den Brenner als Gaskocher nutzen. Hierfür erhalten Sie im Lieferumfang zwei stabile verkrumpte Topfroste. Der Grillrost besteht aus massivem emaillierten Gussrost mit integrierter Flammabdeckung. Auch das Gehäuse besteht aus massivem Aluguss. Die Grillfläche des Gasgrills ist 48 x 32 cm groß und damit ausreichend für ca. 2 bis 4 Personen. Die Garhaube verfügt über ein integriertes Thermometer. Bei geschlossener Haube können Sie den Grill auch als Backofen nutzen. Das Gerät ist ebenso ein Multitalent wie der vorangegangene Enders Gasgrill, der grillen, kochen und backen kann. Für den Transport werden die Seitenteile einfach abgenommen. Mit rund 13,7 kg ist dieses Modell zugegebenermaßen recht schwer. Sie erhalten dafür allerdings einen qualitativ hochwertigen Gasgrill, der robust und langlebig ist. Nummer 3 Weber Camping Gasgrill Q1000 Titan Dieser Camping Gasgrill von Weber lässt sich auf dem Balkon und beim Camping einsetzen. Praktisch ist der Haltekorb, in dem sich die Gaskartusche während des Betriebs befindet. Wer möchte, kann den Gasgrill so umbauen, dass sich eine Gasflasche anschließen lässt. Der Campinggrill wird mit einem Knopfdruck gestartet und anschließend lässt sich die Flamme stufenlos regulieren. Das speziell geformte Gestell sorgt für einen sicheren Stand auf jedem Tisch. Die Auffangwanne für Fett lässt sich ohne Probleme herausnehmen. Der Deckel hingegen dient als Windschutz oder Wärmestau. Wer einen langlebigen Camping Gasgrill für einen flexiblen Einsatz sucht, entscheidet sich für diesen Gasgrill. Das Brennerventil lässt sich stufenlos regeln, sodass man ohne Probleme die optimale Temperatur finden kann. Die Superoptik ist jedoch für das Reinigen nicht so gut geeignet, da die vielen Ecken und Kanten es ein wenig erschweren. Vorteile Titan und Aluguss Langjährige Garantie Gaskartuschen und Gasflaschen Haltekorb für Gaskartusche Nachteile Schwer Nummer 4 Activa Crosby Camping Gasgrill Der Activa Crosby Camping Gasgrill steht in zwei Farben zur Verfügung. Er ist in Grau und Schwarz erhältlich. Das Modell wiegt 11 Kilogramm und verfügt über einen laut Hersteller massiven Rahmen, der aus Kunststoff besteht. An dem Rahmen befinden sich Tragegriffe. Dank ihnen soll der Transport des Grillgeräts leichter gelingen. Das Deckelthermometer ermöglicht es, die Temperatur zu überprüfen und den Garvorgang zu kontrollieren. Die Grillfläche bietet dem Hersteller zufolge Platz für vier Steaks und einige Würste. Daneben hat der Camping Gasgrill einen Edelstahlbrenner. Seine Leistung beträgt 3,4 Kilowatt, allerdings ist es notwendig, einen Gussrost vor dem ersten Gebrauch einzubrennen. Andere Nachteile sind die hohe Empfindlichkeit gegenüber großen Temperaturschwankungen und das im Vergleich zu anderen Grillrosten. Höhere Gewicht Vorteile Grillfläche für bis zu sechs Personen 1,680 cm² Hohe Gesamtleistung 3,400 Watt Kompatibel mit Gaskartuschen und Gasflaschen In zwei Farben erhältlich Nachteile Nur ein Brenner Nummer 5 Bornhard Camping Gasgrill 2 Edelstahlbrenner Der Bornhard Gasgrill ist tragbar, klein und in einem sehr funktionalen Design gehalten. Dennoch kommt er mit einer gelungenen Optik, sodass er auf jeder Party einen guten Eindruck macht. Darüber hinaus ist er mit zwei Brennern sehr leistungsstark, sodass niemand beim Warten auf das Essen verhungern muss. Mit diesem Grill lassen sich Temperaturen von bis zu 300 Grad erreichen. Die beiden Brenner bestehen aus Edelstahl und verfügen jeweils über eine Pizzozündung. Der Grillrost hat eine Größe von 47 cm x 6 und 30 cm. Damit lassen sich ohne Probleme vier Personen satt bekommen. Die Wendeplatte besteht aus Gusseisen und gibt jedem Steak ein ordentliches Branding. Im Deckel befindet sich ein integriertes Thermometer für die Optimale Kontrolle der Temperaturen im Inneren Zwei große Tragegriffe erleichtern den Transport, dennoch ist das Gewicht mit 12,6 kg doch ein wenig hoch. Vorteile Sehr leistungsstark Große Grillfläche mit großen Tragegriffen zum einfachen Transport Nachteile Etwas schwer geraten Okay Leute, das war's erst mal. Bitte hinterlassen Sie ein Like auf dem Video. Wenn Sie neu hier sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Abonnieren und aktivieren Sie Ihr Benachrichtigungsglockensymbol, um die neuesten Videos unseres Kanals zu erhalten. Schauen Sie sich unbedingt die Beschreibung für Links an, um die aktuellen Preise für alle in diesem Video erwähnten Produkte zu finden.